Im Auto verbaut sind Messinstrumente, die mit Scannern arbeiten. Also mit Laser wird die Straße abgetastet. Man kann Risse erkennen, man kann Gullis erkennen. Mein Tag ist heute richtig früh gestartet. Um 5.55 Uhr vor meinen Zug in Köln ab Richtung Bempfling. Warum sind wir in Bempfling? Hier und in mehr als 170 weiteren Kommunen, in fünf Landkreisen und in der Stadt Stuttgart will die Telekom gemeinsam mit der Region im großen Stil Glasfaser verlegen. Und in Bempfling und vier weiteren Kommunen legt die Telekom bereits los. Spannend sind zwei Entwicklungen. So wird sich bei der Vorvermarktung offenbaren, wie groß tatsächlich hier und heute bereits das Interesse an Glasfaseranschlüssen im Haus ist. Und die Telekom wird zeigen, wie sie das gewaltige Ausbauprogramm stemmen will. Und zwar mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Laut Bempflings Bürgermeister Bernd Welser wartet seine Gemeinde auf die schnellen Anschlüsse. Wir haben in Bempflingen leider im Moment die Situation, dass wir eher schlecht versorgt sind mit Breitbandanbindungen und erhoffen uns natürlich, dass wir jetzt über die Aktion der Deutschen Telekom hier einen breiten Zugang ans Glasfaser bekommen. Und in der Tat, in Bempflingen sieht es so aus, dass wir alsbald mit dem Glasfaserausbau starten können. Warum überhaupt eine Vorvermarktung wichtig ist, sagt uns Josep Nadi, Regionalmanager der Telekom. Uns ist es wichtig, dass bei einem geplanten Ausbauvorhaben die Technik, die verbaut wird, nicht umsonst gebaut wird. Und von daher nehmen wir die Vorvermarktung, um in Erfahrung zu bringen, wie die Technik nachher dann auch akzeptiert und genutzt wird. Diese Vorvermarktungsphase startet oder ist gestartet zum 1.3. und läuft bis zum 31.5. Und wenn in diesem Zeitraum dann eine bestimmte Anzahl an Vorverträgen zusammenkommt, dann wird auch ausgebaut. Was habe ich als Kunde davon, wenn ich direkt bei der Vorvermarktung dabei bin? Wir haben eine kleine Entscheidungshilfe, so möchte ich es mal nennen, mit eingepackt in diese Vorvermarktungsphase. Und diese Entscheidungshilfe bedeutet, dass die Kosten für den Hausanschluss, die normalerweise 799, 95 betragen, erlassen werden in diesem Zeitraum. Noch einmal konkret zur Vorvermarktung. Steckt da auch ein Ziel hinter? Das gibt es tatsächlich. Es gibt pro geplantem Ausbaugebiet ein Ziel, was erreicht werden soll. Und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, dann ist es tatsächlich auch so, dass der geplante Ausbau dann zu einem späteren Zeitpunkt erst stattfinden wird. In Almersbach am Tal hat die Vorvermarktung schon begonnen. Ich wurde hier mit richtig viel Magenta empfangen. Hier vor Ort ist Alex, unser Mann im Truck. Wie läuft es denn hier? Also wir haben hier eine sehr gute Resonanz. Gestern eine Infoveranstaltung gehabt und haben einen sehr guten Zulauf heute. Bei schönstem Sonnenschein sind wir jetzt in Reichenbach im Tele angekommen. Auch hier hat die Vorvermarktung bereits gestartet und wir besuchen jetzt mal eine Bürgersprechstunde. Neben mir sitzt der Wolfgang, der ja schon fleißig die Bürgersprechstunde gemacht hat. Was sind so die Fragen, die hier reinkommen? Gut, in erster Linie natürlich das Thema Preis. Die Leute fragen, was kommt auf sie zu? Wir haben hier von der Telekom momentan relativ wenig anzubieten. In erster Linie, wie gesagt, der Preis. Das zweite Thema ist die Technik. Die wollen wissen, wie geht es nachher weiter im Haus? Wo kommt das Glasfaser hin? Was muss ich wann wo im Haus verlegen? Das sind so die drückendsten Fragen. Was ist, wenn ich Mieter eines Hauses oder einer Wohnung bin? Kann ich dann hier auch buchen? Man kann auch direkt als Mieter hier buchen. Also das muss nicht der Eigentümer machen. Da haben natürlich die Mieter auch oft die Angst, darf ich das dann? Macht der Eigentümer mit? Aber wie gesagt, wir werden den benachrichtigen. Und wenn kein Widerspruch kommt, dürfen wir bauen. Auch in Reichenbach im Theele sieht es gut aus. Das Interesse ist auch hier groß. Mitte April wurde bereits die Quote erfüllt. Und auch die Ortsvorsteherin Clothilde Mayer-Brandt hat großes Interesse am Glas. Glasfaser ist für uns wichtig, weil wir ein neues Baugebiet erschließen wollen, weil wir junge Familien am Ort halten möchten, sodass Kindergarten und Schule ausreichend abgedeckt sind. Auch für die Gewerbetreibenden, die schon lange sagen, bei ihnen kommt alles digital rein und raus, geht viel zu langsam. Es ist sehr wichtig, dass sie hier am Standort auch weiterhin bleiben. Während der Kollege Wolfgang Fahria noch Interessenten berät, fahren wir weiter nach Heimerdingen. Stichwort künstliche Intelligenz. Deren Einsatz beginnt mit diesem Fahrzeug. Das ist nämlich gespickt mit Kameras, Antennen und Servern. Wir stehen jetzt hier in unserem intelligenten Fahrzeug, was uns hilft bei der Planung unseres Glasfasernetzes. Herr Beuchel, was macht dieses Auto? Ja, mit dem Fahrzeug stellen wir den Straßenzustand fest. Wir nehmen also Daten auf, wie Gullis, rechts und links der Straße, Lampen, wo stehen, wie hoch sind Bordsteine, wo sind Schutzwände, alles was da zu sehen ist. Können Sie uns ein bisschen von der Technik erklären, was dieses Auto mitbringt und was wir hier so sehen? Ja, also im Auto verbaut sind einige Computer und dann Messinstrumente, die vor allem mit Scannern arbeiten. Also mit Laser wird die Straße abgetastet. Man kann Risse erkennen, man kann Gullis erkennen. Und der eine Laser, der 350 Grad macht, der sieht, wie weit gehen Bäume rein und alles, was dann im Weg ist, wie Schutzwände. Und wie viele Kameras haben wir hier auf dem Auto? Auf dem Auto selbst sind vier Kameras und noch eine Rundumkamera, also fünf insgesamt. Ja, die Daten werden meistens von zwei Kameras immer auf einen Rechner gespeichert. Die Scanner haben selbst auch nur mal einen Rechner und da kommen dann unter Umständen Terabyte zusammen und die werden dann nach einer Woche bei uns im Büro abgeladen. Jetzt vermessen Sie ja gerade Heimadingen. Wie lange dauert das ungefähr, den Bereich hier auszumessen? Ja, Heimadingen, ich würde sagen, das kann man an einem Tag schaffen. Das hängt immer ein bisschen vom Wetter ab, weil wenn es regnet oder so, ist Pause. Das geht nicht, da verirren sich die Leser. Bei gutem Wetter ist es einfacher oder wie sieht es aus? Ja, am besten sieht es aus bei bewölktem Wetter. Und wie schnell dürfen Sie denn eigentlich fahren mit so einem Auto? Also prinzipiell können wir mit den Leser bis über 100 Stundenkilometer. Wir wollen Hermann Beuche bei seiner Fahrt durch Heimadingen nicht bremsen und machen uns auf den Weg ins Rheinland nach Euskirchen. Hier in Euskirchen treffe ich mich jetzt mit so einem Strukturplaner, um zu sehen, wie unsere Netzplanung entsteht. Hallo, schönen guten Tag. Herr Lingscheidt, was passiert mit den Daten, die wir jetzt bekommen haben? Ja, mit den Daten, das sind ja die Bilder, die von den Autos aufgenommen werden. Es werden aber ja auch in einem Punktwolken erzeugt. Da ist ein Laser, der läuft da rund und da werden etliche Millionen Punkte pro Sekunde erzeugt. Was wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, ist diese sogenannte Punktwolke. Die ist hier eingefärbt worden, damit man also auch erkennen kann, welche Objekte dann da zu sehen sind. Aber was für unsere technische Arbeit eigentlich interessanter ist, sind die Panoramabilder, die da erzeugt worden sind. Hier haben wir jetzt die Panoramabilder, die das Auto aufnimmt. Man kann hier also mit Drehen und mit Zoomen, kann man sich hier also genau die Oberflächen angucken. Und man kann auch, wenn man möchte, das Auto sehen. Und man sieht hier noch etliche Kameras mehr auf den Autos, die noch mehrere Bilder aufnehmen. Und hier ist dann die Antenne für den GPS-Empfang. Nicht sehen kann man jetzt hier den Sensor, wo also die Daten ansehen, die das Auto aufgenommen hat. Und dann gehen die Daten dann zu dem Fraunhofer-Institut und werden dann da berechnet. Und wir bekommen dann da diese sogenannten potenziellen Trassen. Was passiert dann, wenn Sie die Daten vom Fraunhofer-Institut zurückbekommen? Das ist also hier unsere Ansicht, die wir dann von dem Fraunhofer-Institut zurückreden. Das ist also auch in einem Kugelsprojekt gespeichert. Und man kann jetzt hier anhand der Farben die Oberflächen erkennen, die das Fraunhofer-Institut errechnet hat. Und hat dann die Trassenlage gemacht. Und was wir jetzt hier nur so als Flächen sehen, als grüne Flächen, als braune Flächen und so weiter und so fort, das sind die sogenannten Störern, wo man also keine Trassen durchlegen kann. Und das müssen wir natürlich mit einer Qualitätskontrolle mal kurz übergehen, ob irgendwelche krassen Ausreißer da drin sind. Aber wenn ich das hier so begucke, ist die schon relativ gut, die Trassen, die wir hier bekommen. Nachdem wir unsere potenziellen Trassen jetzt qualitätsgesichert haben, müssen wir natürlich auch wissen, wo unsere Kunden sitzen, in welchen Häusern welche, wie viele Kunden sitzen. Und dafür bekommen wir eine Bedarfsliste. Und diese Bedarfsliste laden wir im ersten Schritt in unser Qualitätssicherungsprogramm, in unser Strukturplanungsprogramm ein. Und dann ist das diese Ansicht hier von unseren Bedarfspunkten. Jetzt kommt der nächste Qualitätsschritt, den wir machen. Und zwar gucken wir jetzt hier nach, ob irgendwelche Baulücken hier noch drin sind oder ob irgendwelche Bedarfspunkte nicht in den Häusern sitzen. Wenn wir jetzt die Bedarfspunkte kennen, wie geht es dann weiter? Ja, jetzt kommt der Schritt, wo wir unsere potenziellen Trassen in unser Strukturplanungsprogramm einladen. Gleichzeitig werden auch noch irgendwelche Sachen, also freie Leerroche aus Megaplan mit dazu geladen. Und das Strukturplanungsprogramm erstellt dann Verbindungen zwischen den potenziellen Trassen, das sind also hier diese gestrichelten Linien, zu unseren Bedarfspunkten hin. Wir müssen hier irgendwie von unserer potenziellen Trasse zum Bedarfspunkt kommen. Des Weiteren werden auch noch Straßenkreuzungen angelegt, also an jedem Bedarfspunkt kommen eine Straßenkreuzung dazu. Und an allen Einmündungen oder Kreuzungen erzeugt das Programm also auch automatisch Straßenkreuzungen. Ob die genutzt werden, wird bei der Netzdesignberechnung nachher dann von dem Programm automatisch festgelegt. Und jetzt können wir loslegen? Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir loslesen können. Jetzt startet also unser Programm mit der Netzdesignberechnung. Und nach einigen Stunden oder anderthalb Stunden bis zwei Stunden kann man dann das Ergebnis der Netzdesignberechnung sich anzeigen lassen. Das sieht dann wie folgt aus. Wir können jetzt die gerechneten NVTs erkennen, das sind diese Punkte. Wir können auch auf den Blick erkennen, durch die unterschiedliche Farbhebung, welche Bedarfspunkte jetzt von welchem NVT versorgt werden. Ich zoome da mal weiter rein. Und wir können jetzt auch die verwanderten Trassen, können wir auch wunderbar erkennen. Hier zum Beispiel haben wir eine Trasse, wo ein vorhandenes Rohr benutzt wird. Und die roten, das sind also unsere Tiefbautrassen. Und das ist also das Netzdesign, was nachher auch draußen dann vor Ort gebaut werden kann. Ich fand es richtig spannend zu sehen, wie unser Netz mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und menschlichem Know-how entsteht. Wie sich das Interesse an diesen Anschlüssen entwickelt, zeigen wir übrigens ganz transparent auf unserer Internetseite. Es ist wirklich fast so spannend wie die Hochrechnung bei einer Wahl. Ob alle die Quote schaffen? In Bad Cannstatt ist das Interesse aktuell sehr gering. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar unten und über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich immer. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert ganz schnell unseren Kanal.